Falls dein Selbstvertrauen noch unzweigend ist, denkt man, niemand ist von Anfang an perfekt. Selbst ich hatte einen Makel, man gab mir zu viel Mitgefühl für menschliches Leid. Aber ich habe mein Handicap überwunden, das meine ich ernst. Du, du, du zieht das wohl? Ja, du auch. Wenn du so ganz langsam läufst, dann ist das so. Okay. Ähm. Moment mal. Oha, du musst jetzt voll fliegen. Ah, okay, Moment mal. Du musst mich jetzt zum Fliegen bringen. Mit deinen Portalen. Und zwar? Warte mal, wie machen wir das so? Wow. Ah, eben, ja, warte, ich habe es. Ja, wo soll mein zweites hin? Warte, ich... Ja, ja, ich habe es, ich habe es. Schieße, spring. Das wird's episch. Geil. Oh, oh, oh. Ah, fuck, es war... Ja, es... Nein, ich wäre sonst auf den Boden gefahren. Es muss... Das heißt, irgendwie müssen wir... Okay, nein, das... Das muss ich schon... Ja, du schon, du schon, aber dann gehen deine Portale fliegen. Ja, ich... Ich werde es ja gleich... Aha, wir müssen kurz... Ah, nein, nein, warte, 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 nein, geh, geh mal zurück. Nein, warte, nein, warte, jetzt muss ich kurz, jetzt muss ich kurz überlegen. Also, pass auf, wenn ich hier und hier schieße, ja? Ja, das heißt, du kommst dann dort drüben raus und... Okay. Das heißt, du musst... Schau, schau so, du gehst jetzt da, oder auch, gehst rüber. Geh rüber. Ganz rüber, okay. Machst du hier ein Portal? Und... Da. Aha, ah, ja, natürlich. Oh, das wird jetzt voll episch aussehen. Ich komme jetzt geflogen. Oh, das sieht jetzt so episch aus. Wow. Wow. Geil. Episch. Ich bin auch. So, warte, hier kommt der Kubus oder was auch immer. Wo? Oh, da hin. Oh, warte, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er flogen. Wie episch. Dieses Spiel ist geil. So, gib ihn mir, gib ihn mir. Fuck, fast getroffen. Kommst du jetzt rauf? Ja, wie muss ich jetzt rauf? Ah, du, warte. Nein, warte, wie kommst du jetzt da? Du schießt da in die Zeit-Motale hin, wo meine sind, und ich gehe rein. Ja, ja, aber du, ja, genau. Genau. Geri, Geri. Aha, erstmal so, so. Jetzt darf ich fliegen, episch. Jetzt darf ich mal mehr Menschen machen. Wir sind Freaks. Oha. Oh, Gott. Boah. Oh, fuck, das war anversehen. Oh, scheiße. Ah. Keine tödlichen Konsequenzen. Ist das über... Sehr gut. Siehst du, siehst du fliegen? Aha. Gut gemacht. Na, halt mal so. Na, mal, aha, so. Glaube, das sind fliegen. Ah, zu wenig Speed. Nein, alles läuft wunderbar. Fick dich. Aha, Moment, nein. Doch, doch, warte. Wow, wow, wow. Ha, ich fäll' genau hierhin. Du musst dich jetzt mitnehmen. Gib ihn hier. Ja, ich kann hier nicht mitnehmen. Oh. Dann drück mal dort hinten den Knopf. Sehr gut. Sargenhaft steht. Hier? Was passiert dann? Ich kann nicht drauf. Ah, das ist für den Kubus. Ja, natürlich. Ähm, warte kurz, lass mich... Wow! Ja, so kommst du zurück. Siehst du, ich kann hier in dieses Portal rein. Aha, okay, ich weiß was. Du fängst ihn jetzt im Flug. Ja. Wenn du die Eier aus... Eisen dazu hast. Warte, jetzt spring zurück. Nein, was machst du? Spring zurück. Ja, dann komm ich durch dein Portal. Ich weiß. Und let's go! Nein, warte, jetzt warte noch. Jetzt bleib dort stehen. Ah, what the fuck. Geht nicht. Das geht nicht? Okay. Boah, jetzt spring ich im Dreieck. Warte, 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 ich aktiviere es gleich. So, fang ihn hier. Nein, wieso? Ich bin wie so eine Fliege am Netz hängen geblieben. So, jetzt, jetzt, warte, warte. Also, sag mir, wann ich springen soll. Spring. Fang ihn. Wow, scheiße. Warte nochmal. Ich spring hier voll episch im Dreieck. Fang ihn, fang ihn. Ah, ewig. Ah, ewig. Hä, ha, ha, ha. Da hab ich gar nicht aufhören, na? Oh. Oh. Okay, jetzt, Springer, ich bin einfach dorthin. Wow. 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 So, jetzt aktivieren. Und zum Abschluss des Tests. Doch, irgendetwas stimmt nicht. Muss sein? Hat der Tanz irgendwelche Auswirkungen auf euch? Warte, das testen wir mal. Tanzen und nicht lachen. Ja, jetzt wollte ich gar nicht. Aufhörer. Mann, ey. Ah. Dein, dein, dein. Warte, das geht automatisch. So, jetzt. Robot. Du machst auch die Welle. Boah, wir sind so gut, Mann. Warte, aber wenn wir schon fünf Gesten haben, heißt das bei acht Schluss? los allerdings bei acht geht es richtig los bei acht gesten das ist blind das spiel ist so scheiße episch ich hasse es du hast es du findest es so episch das ist das ist schon fast er aber doch das ist eine leistung ich will vor Ort entwickelt ihr menschliche Gefühle das aufwanderung du bist das beste Modell dessen entwicklung die es sei es je eingestellt hat und da geht es auch was auch das ist ich bin das beste Modell ich bin so ein Versager also komm, wohin jetzt? oh, oh, wo bist du? ah, wir müssen sie mutan springen warte, wo führt das hin? aha, ok, voll chillig look, ciao so und ungefähr nein, ich versuch, ich versuch's jetzt nicht, das ist das falsche na gut, nein, 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 nein hat doch geklappt, Faget ja, aber wir müssen sie mutan springen ja so, auf ja, also, stößt du bei mir? drei warte, warte, zwei wie geht es da? oh, wir sind so gut voll episch, man heilige Scheiße oh, ein Laser, jetzt wird sie dir gefährlich ah, der Laser muss hier rein, glaube ich nein ok nein, stimmt gar nicht hey, war das nicht auch im Trailer? ne da, schau, da muss er rein da oben oh, warte also hier raus, aus diesem, aus diesem Portal aus diesem Portal das heißt, er muss da rein so das müsste eigentlich schon sein hey, jetzt geh in Deckung oh fuck, siehst du das, was hier ist? ich habe nur gesehen, wie du verreckt bist ich weiß nicht, wie ich diese Tests noch einfacher machen kann wie bitte? du failst gerade, gewaltig ja, ja, da sind solche Stacheldinge da ja, dann, da musst du dich halt beeilen ich würde jetzt am liebsten warten, dass alle fertig sind ja, mach das du oha ich werde hier zerquetscht, werde oha los, jetzt schnell oh los gleich 100 noch ein bisschen episch nein, warte, bleibe, bleibe los, schnell na warte, ich kann das Ding hier ab... nein, kann ich nicht verdammt Ja, was muss ich tun? Ah, ficken, warte. Ah, scheiße, falsches Portal. Zum Abschluss dieses Tests muss man sich übrigens nicht zermalmen lassen. Ja, wessen schuld? Ja, gut. Komm, nimm das Teil nochmal. Da oben muss irgendwas sein. Da ist ein Fall sogar. Aha! Okay, ich hab Angst, ich hab Angst, ich hab Angst. Alles klar, alles klar, mach schnell. Moment. Warte, ich muss doch kurz die Portal ausrichten. Fuck, gib mir einen Kubus. Was? Scheiße, das wird knapp. Los, do it. Fuck, ich bin nicht oben, man, punk. Jetzt, 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 jetzt. Do it. Schnell. Oh. Fick. Ich weiß nicht, bin ich lieber, Mark. Die Brecher, die euch zermalmen, oder die Remontageeinheit, die euch neu montiert, die euch wieder zermalmt werden könnt. Sie ist voll fies. Ja, Mann. Also, Alter, ich weiß jetzt, was ich tun muss. Hoffen wir es doch. Brauchst du kein Portal von mir? Ne, ne. Wir den nichts bringen. Ich muss nur schnell, also ja, wir müssen beide schnell sein. Weil eigentlich... Moment mal. Strunzel. Mach mal, mach mal. Ficken, das ist zu tief. So, warte. Strunzel. Wieso geht das nicht? Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Ha, ha, ha. Das, da, das, der... Lass es uns kurz nochmal überlegen. Schau, warte, schau, der Laser... Da fällt der Laser drauf. Warte, jetzt, schau mal, der Laser muss da oben rein. Da. Echt? Ja. Weil, also... Der Laser da aktiviert diese Platform, wozu auch immer. Ja, aber da, da... Nein, 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 stimmt. Das ist das Strom-Plattform. Das ist so, so eben. Ja, aber... Aha, ich muss dann... Aha, 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 okay, alles klar, ich weiß, was ich tun muss. Alles klar. Ich glaube, ich... Schnell. Schnell. Okay. Also, du musst mich jetzt voll... nach... So weit, wie es geht. Okay, so. Na. Ficken. Hat es geklappt? Nee, fast, ich war ein bisschen zu langsam. Okay, aber... Lass mich kurz schauen, wie genau sieht, wie soll das aussehen? Ah, dass du von da oben hier runterspringst. Genau, ja. So müsste das, glaube ich, sein. Also, so ist das wohl gemein. Wobei, warte, dann... Mach du die Portale, genau. Mach du... Nein. Oh, gut, von mir ist auch die... Ja, welches jetzt? Egal, entscheide du. Also, also hier eins und... dort sagst du, ja? Okay. Mach schnell deine. Ja, ich... Mach jetzt einfach. Kann ich weg? Ja, ja, glaube schon. Aha. Uff, uff, uff. Ah, ich habe es deaktiviert. Ah, okay. Oh. Stell dich zur Tür und mach dich bereit, hindurch zu gehen. Ah, scheiße, du brauchst mich hier. Mach die Tür nochmal auf. Da... Ja, irgendwie Portale, hä? Ja, was denn für Portale denn? Ja, da... Wir haben hier die ganze Fläche zur Verfügung. Kann ja nicht sein, dass... Ja, aber du kommst da überhaupt nicht hin. Ja, gut, ich weiß, aber... Das einzige Portal, was sie machen würde, wäre da. Irgendwie sowas. Ja, genau, doch, genau, das ist es. Nein. Nein, das ist es nicht. Warte, mach mal, ähm... Mach mir nochmal die Ding auf, die Tür. Ich habe nicht genau geachtet, ob man hier hinten Portale macht. Ah, kann ich mich. Ah, kann man nicht. Ja, das war ja klar. Warte mal, warte mal, ähm... Ich spring da hinten rein, Tür geht auf, du kannst da hineingehen und... springst rüber und bist quasi drin. Und ich kann nicht... Okay, gut, das machen wir so. Das müsste, glaube ich, gehen. Du bist schon drüben, ne? Ich bin schon drüben. Vielleicht, vielleicht geht das, ne? Wenn nicht, dann... Na, f***, dachte? Das, das muss aber so gehen. Wie meinst du? Ja, bestimmt. Ich muss das Portal ein bisschen mehr... So. Oh! Tanzen ist keine Wissenschaft. Ne. Finde ich schon. Okay, ich stehe jetzt hier. Wow. Ganz, ganz vorsichtig. Los, drück ihn, drück ihn. Los, laut! Nein! Das geht also nicht. Aha, natürlich. Mach' wir kurz auf. Oder... Ja. Pass auf, wir haben dieses Ding hier und kannst du draufhauen. Dann machen wir den hier. Oh, what the fuck bin ich blöd! Das heißt, ich schieße mir da ein Portal hin und da ein, und dann bin ich auch schnell drüben. Bereit? Ja. Ja, du sollst... Ja, meine Portale kannst du auch benutzen. Ja, egal, ich schlafe lieber. Ja, geht nicht. Ja, geht nicht. What the fuck. Also, geht... Geh du mal durch mein Portal. Geh du mal durch mein Portal. Also, mach! Wobei, halt... Oh, scheiße, jetzt bin ich selber. Hast du's geschafft? Ja, PUNK! Siehst du? Hallo? Nach dieser Vorstellung ist wohl eine Auszeit von den offiziellen Teststrecken angebracht. Ach, echt? Wie, wie jemand so scheiße. Ja, wahrscheinlich nicht. Na komm! Sei nicht so ständig mit dir selbst. Bin ich nicht. Okay, das ist gut. Hallo, ich sehe dich. But I don't care. Hör auf damit. Okay, geh. Hör. Da ist der! Da drüben! Da drüben! Oh, man. Es ist Fischer! Hey, süßer! Was ist denn, Schuchten? Sind wir jetzt wieder in der Overworld? Ich denke mal schon, das war, glaube ich, das achte... Die achte Kammer. Der zweiten Welt. Da stehen ja immer die Anzahl von Kammern, wie viele. Genau, aber ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Ja, es war nach. Ja, aber wahrscheinlich, solange wie es lädt.